Hallo liebe Internetnutzer, mein Name ist Jan Gustafsson, ich bin ein deutscher Schachgroßmeister. Ich habe seit 15 Jahren mich viel im Internet rumgetrieben, wie wahrscheinlich die meisten meiner Zeitgenossen und die meisten Co-Schachspieler. Aber mir hat nie die eine Seite sich offenbart, die all meine Schachwünsche abdeckt. Mal will ich mich vorbereiten und irgendwas über eine konkrete Variante lernen, mal will ich nur die letzten laufenden Turniere mir angucken, mal will ich nur eine Partie spielen, mal will ich nur News lesen. Ich freue mich, euch heute erzählen zu können, dass es eine neue Schachplattform gibt namens chess24.com, die die Ambition hat, alles abzudecken, was das Schachspielerherz begehrt. Von einer Spielzone, über Lehrvideos mit den Stars der Szene, über interaktive Aufgaben, mit denen man sich verbessern kann, einen Taktik-Trainer, die besten News der Szene und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine ziemlich coole Seite und ich würde mich freuen, euch auf chess24.com begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.